Hallo Internet und damit recht herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Was ich hier vor mir auf dem Tisch stehen habe, ist der Divisor E8900A. Ein 5G-Handheld-Spektrum-Analyser, der mehr kostet als mein Auto. Aber Divisor hat mir diesen ausgeliehen, zur Verfügung gestellt, damit ich damit testen konnte. Und ganz ehrlich, was das Gerät alles kann, wahnsinnig viel und ist ein Funktionsumfang, der auch mich zum Überfordern bringt, was selbst für mich ziemlich viel ist. Ich möchte euch ein bisschen was zu dem Gerät erzählen, aber natürlich auch der Grund dieses Videos 5G bei mir zu Hause. Denn Vodafone hat bei mir 5G ausgebaut. Wie gut funktioniert es denn? Also bei mir auch Indoor. Indoor ist ja das ganz Entscheidende. Ich sage euch was, mit dem Gerät hier, was ich hier messen konnte, was ich hier erfahren habe, da ist die Spannung so richtig groß und gleich geht's los. Es wird unser Leben für immer verändern. 5G von 0 auf 100. Erst einmal etwas zu diesem Messgerät hier. Das Gerät kann messen von 9 Kilohertz bis 9 Gigahertz. Also kann man damit theoretisch auch mal ein bisschen in sein WLAN-Spektrum schauen. Ziemlich interessant das Ganze. Aber viel interessanter ist, dass man das auch handheld mitnehmen kann. Hier ist eine Batterie eingebaut, dass man auch mehrere Stunden damit unterwegs rumlaufen kann. Und ja, man kann auch unterwegs Messungen machen, indem man Karten einspielt und damit genau sehen kann, wo ist wie gut die Feldstärke. Was ich auch ziemlich interessant finde. Bedient wird das Ganze über ein Touch-Display hier vorne und man hat an der Seite auch ganz viele Buttons. Wenn man sich jetzt denkt, Touch-Display, man ist draußen unterwegs. Wie ist das denn? Displayhelligkeit zum Beispiel. Die kann man ziemlich hochdrehen, sodass man hier keine Probleme hat. Ich konnte tatsächlich problemlos rumlaufen und selbst wenn die Sonne direkt drauf gestrahlt hat. Man dreht sich nur ein bisschen, dass die Sonne nicht mehr direkt drauf scheint und man hat sofort wieder eine super Sicht. Das finde ich wirklich toll. Nur es zieht Fingerabdrücke so ein bisschen an, also ab und zu sollte man hier schon mit einem Tuch drüber gehen. Ansonsten, super. Auch die Verarbeitung an sich. Vieles Kunststoff, aber das Kunststoff wirkt sehr hochwertig verarbeitet. Und die Klappe, die ihr gerade hier im Bild seht, das ist eine integrierte Panelantenne, die ich natürlich auch runterklappen kann, damit das Display geschützt ist, damit die Tasten geschützt sind. Aber ich kann es natürlich auch aufklappen und es sieht an sich wie ein normaler Laptop aus. Und im Grunde ist es gar nicht so viel anders. Weil erstmal hat man hier einen Laptop drin beim Starten, erkennt man, das sieht ein bisschen ähnlich aus wie Windows. Aber ansonsten hat man an der Rückseite erstmal viele Anschlüsse, wo man Antennen anschließen kann. Man kann auch ein WLAN-USB-Modul anschließen, eine GPS-Antenne anschließen zur Zeitsynchronisation. Man hat an der Seite noch USB-Anschlüsse. Und wenn man das Gerät so trägt, ja, es wiegt schon ein bisschen was. Aber tatsächlich ist es ganz angenehm, auch wenn man damit ein bisschen länger unterwegs ist. Für mich geht das. Und mehrere Stunden unterwegs zu sein, dank dem Akku, auch kein Problem. Und die Messungen damit zu machen, hat mir schon einen großen Spaß gemacht. Denn es ist natürlich deutlich professioneller, als wenn man die Werte einfach nur von einem Smartphone abliest. Denn ja, das hier ist ein professionelles Messgerät. Nur, tatsächlich muss ich zugeben, es ist so professionell, dass es selbst mich in manchen Dingen überfordert hat. Es gab hier einige Funktionen, einige Graphen, die selbst ich nicht komplett verstanden habe, was auch völlig okay ist an dieser Stelle. Ich bin kein Mobilfunktechniker, der direkt in diesem Bereich arbeitet und täglich mit diesen Geräten umgeht. Oder große Schulungen für diese Geräte bekommt. Das ist hier nicht der Fall. Sondern ich bin Technik-YouTuber. Ja, ich habe eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker und kann somit einiges verstehen. Ich interessiere mich ja auch privat viel für Mobilfunk. Definitiv ist das Gerät hier nicht für die Masse gedacht, dass nun jeder, der sich für Mobilfunk interessiert, so ein Gerät kauft und damit rumläuft, um Dinge zu messen. Sondern wirklich für die, die das professionell machen, die das beruflich machen. Und da finde ich das Gerät hier auf jeden Fall ziemlich interessant. Touch-Display, gute Bedienung. Die lange Akkulaufzeit, also vier Stunden, waren meistens tatsächlich kein Problem. Kommt natürlich vor allen Dingen auf die Displayhelligkeit an, wie lange das dann dauert. Die leisen Lüfter finde ich an sich auch ziemlich gut. Und einfach dieser Funktionsumfang, der mich ein bisschen überfordert hat. Ich blende euch einfach mal ein paar Screenshots ein, wie das Ganze aussehen kann, wenn man zum Beispiel mehrere 5G-Beams analysiert. Was ja derzeit nur im Telekom-Netz geht. Die machen ja derzeit mehrere Beams im 5G, also mehrere Beams pro Antenne quasi. Das ist bei Vodafone noch nicht der Fall. Soll aber wohl auch noch kommen bald. Bisher macht das nur die Telekom. Blende ich euch Screenshots ein. Und auch LTE kann das Gerät. Sowohl FDD als auch TDD, was dann ziemlich interessant aussieht. Aber ich würde sagen, fast schon genug zum Gerät. Also wie gesagt, wenn ich hier Mobilfunktechniker unter meinen Zuschauern habe, schaut euch mal die Marke Deviser an. Sind günstiger als tatsächlich Konkurrenzprodukte von Rode und Schwarz oder Ähnlichem. Und machen für mich einen ziemlich guten Eindruck. Aber genug zum Gerät. Nun kommen wir doch mal zum 5G bei mir zu Hause. Es ist so, die Luftlinie beträgt ungefähr 400 Meter von diesem 5G-Funkturm. Und bisher hatte Vodafone dort LTE-Band 1, LTE-Band 7 und LTE-Band 20. Neu dazugekommen ist auch noch LTE-Band 3 und auch 5G mit N78. Hier wurden allerdings beide Antennen, sowohl die LTE-Antennen als auch die 5G-Antenne getauscht. Bedeutet, komplett neue Antennen, auch für LTE bekommen, eine Quad-Band-Antenne, also für Band 1, 3, 7 und Band 20. Und natürlich eine zusätzliche Antenne, die mit etwas Abstand gebaut wurde, mit 5G N78. Das 5G N78 läuft derzeit mit einer Spektrumbrandbreite von 60 MHz. Und auch hier konnte ich wieder mit diesem Divisor-Messgerät sehr interessant messen, wie sehen diese 60 MHz Bandbreite aus, wie sehr fällt am Ende ab. Also trennt der genau sauber bei 60 MHz oder hat man noch ein bisschen Code-Channel-Interferenzen. Ziemlich interessant, sich das Ganze anzugucken. Und dann habe ich einfach mal gemessen. Der Sektor der Antenne strahlt leider nicht ganz direkt auf mein Haus, sondern so ungefähr 30, 40 Grad daran vorbei. Das ist erstmal ein bisschen schade, dass der Sektor nicht direkt auf mein Haus gerichtet ist. Denn ja, das macht erstmal ein bisschen was aus. Ein Down-Till an den Antennen kann natürlich innerhalb der Antenne eingestellt sein. Von außen kann ich bei der LTE-Antenne keinen erkennen. Bei der 5G-Antenne sieht man allerdings einen kleinen Down-Till. Down-Till an dieser Stelle bedeutet einfach nur, wie sehr ist die Antenne nach unten geneigt, um mehr nach unten, anstatt einfach nur stumpf nach vorne zu strahlen. Dazu hängen sowohl die LTE- als auch die 5G-Antenne in einer Höhe von ungefähr 33 Metern und strahlen nun bei uns ins Wohngebiet rein. Okay, kommen wir nun zu meiner Empfangserfahrung. In meinem Zimmer habe ich mit 5G minus 70 bis minus 80 dBm Empfang, also als eher SSI-Wert, was erstmal ziemlich schön ist. Und was sagen die Speedtests? Tatsächlich 550 bis 750 Mbit ist alles dabei. Ob das nun konkret an der Auslastung liegt oder wie ich mein Handy halte, natürlich, da gibt es Unterschiede. LTE an sich, also wenn ich nur LTE messe, schafft bei mir 300 bis 400 Mbit, auch das schwankt immer so ein bisschen. Und mit 5G dann auch mal bis zu 750 Mbit und nachts tatsächlich, oder auch wenn ich viele Speedtests am Stück mache, erreiche ich auch 800 bis 850 Mbit. 850 Mbit nur im Peak, nicht als allgemeines Speedtest-Ergebnis, da ist so das Limit bei 800 Mbit. Mein Zimmer allerdings ist auch im obersten Stockwerk in der Richtung der Antenne, also dass die Antenne direkt drauf scheint. Eine Wand, mein Zimmer, kommt direkt. Dahinter dann folgt ein Badezimmer und noch ein Zimmer in der obersten Etage. Auch dort durchgehend 5G-Empfang, auch durch mehrere dickere Wände hindurch, auch immer noch 500, 600 Mbit, kein Problem. Und begeben wir uns eine Etage tiefer, direkt an der Antenne dran, hat man ebenfalls, also an der Seite des Hauses, die zur Antenne gerichtet ist, zum Funktum gerichtet ist, 600, 700 Mbit, kein Problem. Auch weiter tiefer hinten drin im Haus, habe ich immer noch um die 400, 500 Mbit, auch immer noch super Werte. Erst im Erdgeschoss merkt man einen wirklichen Unterschied, denn im Erdgeschoss, egal wo im Haus, das ist wahrscheinlich dann die sehr, sehr dicke Decke auch, dort hat man nur noch so um die 300 bis 400 Mbit. 5G an sich ist aber die ganze Zeit vorhanden und überträgt auch Aktivdaten. Wenn ich nun in den Keller gehe, wird es besonders interessant. Es ist ein Haus von ungefähr 1960, also relativ alt. Und im Keller habe ich, ja, direkt, wenn es zum Funktum gerichtet ist, an der Seite, 5G immer noch mit 200 bis 300 Mbit, keine optimalen Werte. Und weiter hinten im Keller falle ich auf LTE zurück, da habe ich dann meistens nur noch LTE Band 3 und LTE Band 20, also 1800 MHz und 800 MHz, die niedrigeren Frequenzen. Und auch dort tatsächlich habe ich noch so meine 50 bis 100 Mbit. Keine optimalen Werte, also nicht so optimal wie in der obersten Etage. Aber im Keller noch 100 Mbit zu haben, finde ich schon ziemlich cool. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Habe ich gerade vergessen zu sagen, denn, das ist erst vor wenigen Tagen passiert, der Funktum hat vor wenigen Tagen auch noch LTE Band 28 bekommen. Also 4G auf 700 MHz, ist noch ganz frisch, erst seit wenigen Tagen, deswegen so viele Messungen habe ich damit noch nicht gemacht. Und meine allgemeinen Erfahrungen, ja, ich kann mit Videotelefonie durchs Haus laufen, mit Vodafone 4G und 5G, keinerlei Abbrüche, super Qualität. Ich kann durchs ganze Haus laufen, die schlechtesten Werte in der hintersten Ecke im Keller sind 50 bis 60 Mbit. Das ist wirklich super, bei 400 Meter Luftlinie Distanz und ich bin gar nicht mal so genau im Sektor. Natürlich, Antennen können immer anders konfiguriert sein. Das hier ist nur eine Erfahrung meinerseits. Es kann bei euch völlig anders sein, wenn die Antennen bei euch einen anderen Downtill haben oder eine andere Sendeleistung eingestellt haben. Merke ich denn einen Unterschied? Denn früher hatte ich ja Vodafone mit LTE Band 1, Band 7 und Band 20 und auch das war schon ziemlich gut. Und tatsächlich einen wirklichen Unterschied merke ich nicht. Also da muss man wirklich mal ganz realistisch sein. Ja, 5G ist toll, aber wenn ich mein Smartphone nutze und ich habe 5G oder ich hatte früher LTE. Ich kann meine YouTube-Videos schauen, ich kann Disney Plus schauen, Netflix schauen, ich kann meine Sachen hochladen. Am Upload hat sich nichts verändert. Der ist immer so bei 30 bis 50 Mbit. Das ist völlig okay. Warum ist der Upload nicht so stark? Hier wird keine Upload-Carrier-Aggregation betrieben. Das Telekom-Netz macht das ja, auch bei mir zu Hause. Mit LTE Band 3 und Band 3 habe ich Upload-Carrier-Aggregation, sodass ich mit beiden Bändern zusammen, also 30 MHz Upload-Spektrum, so um die 95 bis 99 Mbit im LTE-Upload erreiche. Und ja, Vodafone macht auch LTE-Carrier-Aggregation. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ca. 8 Monaten, so kurz vor Weihnachten, habe ich darüber auch schon mal ein Video gemacht. Nur, entweder unterstützt es mein Smartphone nicht oder der Standort hier bei mir zu Hause macht das Ganze noch nicht. Ansonsten 5G, ja, ist eine schöne Erfahrung. Es ist eine tolle Kapazitätserweiterung, hier 5G N78 zu haben. Und die Empfangswerte überall im Haus sind gut. Die Speeds, die ich erreiche, sind gut, habe ich euch ja gerade erzählt. Und ich konnte hier mit dem Messgerät von Deviser Instruments auch noch eine ganze Menge rumlaufen und messen, was mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht hat. Also wenn wir Mobilfunktechniker hier bei mir in der Community haben, schaut euch das Gerät einfach mal an. Dann könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Ich persönlich muss sagen, mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich werde es mir nicht selbst kaufen können. Es war nur eine Ausleihe. Mir persönlich ist es zu teuer als Privatperson. Aber es hat schon Spaß gemacht. Es hat wirklich richtig großen Spaß gemacht, mit sowas mal zu arbeiten. Aber gut, Leute. Ansonsten würde ich sagen, ihr könnt ja einfach mal über eure 5G-Erfahrungen berichten. Was mir gerade noch einfällt. Die Smartphones, mit denen ich getestet habe. Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei Mate 20X 5G und das Xiaomi Mi Mix 3 5G. Das sind meine aktuellen 3 5G-Smartphones, mit denen ich die Tests hier bei mir zu Hause betrieben habe. Aber gut, ich würde sagen, so langsam kommen wir ans Ende von diesem Video. Und jetzt nach zwei Monaten ohne YouTube, ich hatte ja eine lange Lernphase, bin ich tatsächlich durch mit dem Lernen und kann wieder aktiver Videos machen. Ist ein schönes Gefühl, aber ich muss auch erst mal reinkommen. Vielleicht, naja. Schauen wir mal. Ich komme erst mal wieder rein. Jetzt kommen demnächst wieder weitere Videos. Wenn ihr noch Vorschläge, Wünsche habt, was ihr hören möchtet, dann gerne damit unten in die Kommentare. Tolles Messgerät, hat wirklich großen Spaß gemacht. Auch mit den unterschiedlichen Antennen. Da war auch noch eine größere Haifisch-Antenne dabei. Eine normale Rundstrahl-Antenne dabei. Ach, es hat einfach Spaß gemacht. Aber gut, Leute. Genug des Schwärms. Ich höre jetzt auf. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Video. Macht euch noch einen schönen Tag. Und tschüss, Internet.